Konrad Rump Oberflächentechnik GmbH und Co. KG in Salzkotten. Wir entwickeln und bauen alle Arten von Strahlanlagen. Seit über 40 Jahren. Unsere Einzelstück- und kontinuierlichen Strahlanlagen im Druckluft- und Schleuderradverfahren werden heute unter Anwendung von modernster CAD-Technik in 3D entwickelt und konstruiert. Als Hersteller fertigen wir komplett in Deutschland. Unser Familienbetrieb bietet neben anspruchsvoller Technik auch ein leistungsstarkes Servicepaket. Wir legen Wert auf Qualität. Unser Vertriebs-, Service- und Ersatzteilteam betreut weit über 1000 Strahlanlagen in 40 Ländern dieser Welt. Mit 70 Mitarbeitern produzieren wir jährlich etwa 50 Strahlanlagen. Wir haben auch für Sie die richtige Lösung. Sie finden unsere Anlagen unter anderem in den Branchen Gießerei, Schmiede, Stahlbau, Stahlhandel, Federnindustrie, Maschinen- und Anlagenbau sowie Fahrzeug- und Waggonbau. Wir bieten zudem die Möglichkeit zur Durchführung von kundenspezifischen Strahlversuchen. Konrad Rump Oberflächentechnik – Strahlanlagen made in Germany